Derzeit bietet sich Spaziergängern am östlichen Naturstrand in Eckernförde ein grausiger Anblick. Am Dienstag sind zahlreiche tote Fische angespült worden, darunter zahlreiche große Schollen, Dorsche und tausende kleinerer Fische. Was ist hier passiert, denke ich mir. Keine Ahnung. Tut mir total leid. Echt schrecklich. Und kommt sich so klein vor, kann es nicht verhindern und sieht nur die Ausmaße. Es ist etwas, was man nicht weiß. Ich finde es traurig. Als Ursache für das massenhafte Fischsterben wurde ein extremer Sauerstoffmangel in diesem Bereich der Ostsee ausgemacht. Oft in dieser Jahreszeit nach dem Sommer folgendes Phänomen, dass durch den Südwestwind, den wir gestern hatten, der kommt also aus der Richtung, und steht so auf der Bucht, dass er das Wasser auf die gegenüberliegende Buchtseite drückt. Dadurch entsteht ein Schaufeleffekt. Das heißt, die oberen Wasserschichten werden nach unten gedrückt. Und die schieben dann die sauerstofffreien Zonen nach oben, in die Region, wo die Fische sind. Dann haben die akute Atemnot. Die versuchen im Flachwasserbereich hier auf der Sandbank, was ja hier vor der ganzen Strandgeschichte liegt, an Luft zu kommen. An dieser Grenzfläche zwischen Wasser und Luft versuchen sie zu atmen. Das geht natürlich nicht gut aus. Das Einzige, was das Problem beheben kann, ist ein ordentlicher Nordseewassereinbruch. Nordseewasser bringt Salz und damit Sauerstoff auch. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich kenne, ohne dass man jetzt eine Pumpe anstellt und ordentlich belüftet, das ist ja fast nicht machbar, Sauerstoff unten reinzukriegen. Es sind dieses Mal hauptsächlich Dorsche. Das ist sowieso schon unser Sorgenkind. Der Dorsch bestand in der westlichen Ostsee ist ja eh schon stark im Rückgang betroffen und ist ja auch mit einer hohen Quote belegt. Das heißt, dass man gar nicht so viel fischen darf. Und jetzt noch das obendrauf. Sie sah nicht so wirklich gut aus. Also schon dramatisch, wenn man das sieht. So viele tote Tiere, auch große Dorsche, größer als die, die wir jetzt hier im Becken haben, die dann wirklich mit weit aufgerissenen Mäulern am Strand liegen zu sehen. Also die Fischbrut, von Schwimmgrundl an, über Kleinfischarten wie eben Seestichling, Klippenbarsche, die sind ja alle mit da drin. Nicht nur die sowieso ins Auge fallenden großen Dorsche, auch die etwas kleineren dann und die Plattfische, die dann auch mit dabei sind, sondern eben auch wirklich die Tausende an Jungfisch, die jetzt da wie Sand am Strand liegen.